Nice. Nebel. Moin ihr Lümmel, herzlich willkommen zurück zu Daisy Namalsk. Ich wage noch einen weiteren Versuch. Ich will es schaffen, in diesen Bunker reinzukommen. Und das Ganze geben wir jetzt an. Ich werde die nächsten Folgen etwas härter zusammenschneiden. Das heißt, ihr werdet halt das Ganze ein bisschen mehr komprimierter sehen, sagen wir es mal so. Und da ist schon ein anderer. Das ist ein anderer Spieler. Okay. Vielleicht ist das Ganze hier gleich schon wieder vorbei. Wir nehmen uns mal eben die Brech... Hey, hey, hey. Nimm dir mal die Brechsteine, bitte. Nimm dir doch bitte die Brech... Alter. Wo ist er denn jetzt? Hast du es, du Lümmel? Wer ist auf die Glocke? Ich bin der Mann und ich habe den hier reinlaufen sehen. Da ist er. Hallo! Wir fangen die Maus der Hand. Yo, ihr Helmet! Ihr Helmet! Ich bin friendlich, ich bin friendlich. Ich bin friendlich, alles ist okay. Yes, much better. Waaah! Ich bin friendlich, ich bin friendlich, ich bin friendlich. Okay, I played it a bit more, so I think we have to start a fire. So, where are you from? I'm from the Netherlands, and you? Germany. Oh, nice, we're neighbors. Yeah. Very nice. Shall we go further in the city, maybe find some lighters or matches? Yes, and I have sticks, so we can put them into here, for example, somewhere. Yeah, I just found a knife, so we can make a fire. Nice. You can also use your... Wait, I'll show you. This here, to start the fire. Shit, I didn't know that, man. Now it's not working. In this, I don't know the English word for it, there are... I will show you, when we get to it. Yeah, we really look like pros. Maybe it's right here. Yes! Now it's working. Nice. Here we go. Ah, I have enough wood. Okay Leute, das fängt doch gut an. Wir haben gleich einen Holländer getroffen. You know what to do when the thunderstorm is coming? No, I really don't. Okay, um, then you have to get inside a building and lay down on the floor. Okay. Yeah, it knocked me out like two times and I didn't know who. Yeah, me at the beginning too. I didn't know what to do and then somebody told me. So I got the plus. You too? Yeah, me too. Okay, then let's move on and look for food, I think. Yes. For how long do you play DayZ? Oh, hard to say. I think I'm playing a couple of months but I'm really hooked to this game. I only play DayZ right now, so. Ah, okay. Yeah, me too. Since February. Yeah, me also. February, March. I really like the game. It's probably in my top three. Yep. Yeah, um, when you get through it, so, the first times. Oh, someone built in there. Let's check this out. Here's a tent. Oh, now, now it's time. Yes, yes, yes. We can. So, we will get unconsciousness. So, Leute, it's already so late, ne? Yeah, normally it's a good time. It's also good, man, neuen Spieler to treffen, der auch gerade erst damit angefangen hat. Auch gerade erst. Der spielt auch schon seit Monaten, ne? Okay. Okay. Und da passiert es wieder. Okay, wir machen erstmal alle Zombies hier weg. There are many Zombies hier. Oh. Oh. Okay, okay, now we can move! Ich will das mitnehmen, damit ich ein Seil machen kann. Are you okay? Ach, das kennt man hier, ne? Ist ja gerne mal abgekämt hier, oder was? Shit. Kriegt direkt auch eine Schelle, jo? Ich weiß nicht, ob er noch... Aber der müsste noch leben, ne? Geh, dann schnell hier rein. Alter. Alter. Na, komm schon. Ich tue mir jetzt ein bisschen leid für ihn. Ich weiß leider nicht mehr, wo er ist. Was ich essen? Shit. Hab ich ganz vergessen. Leute, ich hab's schon wieder vergessen, ne? Was hier eigentlich los ist, auf normalen... Versuch hier rüber zu kommen. Shit, versuch hier nicht. Zu viele Zombies. Ah, wir wollen mal ein bisschen im Zick-Zack laufen. Maul halten. So, gehen wir mal hier rein. So, das ist erstmal gut. Komm mal her. Alles ist gut. Und wir schlagen zurück. So, du Lurch. Ja, leider hab ich jetzt unseren Buddy hier verloren. Schade. Nice. Revolver. Messer. Geil. Schienmaske. Okay, wir haben leider nichts zum Nähen. Das wäre natürlich... So, fahren wir jetzt mal Fahrschul. Geht das? Wahrscheinlich nicht. So, der ist stimuliert. Ja, schade. So, was... Was hab ich denn hier vor? Ich will mir das mal eben... ...den Stofffetzen herstellen. Ich weiß auch nicht, wie viel ich da rauskriege. So. Mehr Stofffetzen herstellen. Ich will mir daraus ein Seil machen. Und hier auch nochmal. Ah, da brauchen wir zwölf Stück für. Zwölf Stofffetzen. Wird das noch nicht reichen, ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar. Es fehlen noch... Fünf. Die möchte ich nicht weggeben. Die sind ja noch gut, sozusagen. Huch, ja. Genau, leg die mal hin. Alles gut. Okay. Bisschen weitergucken. Nochmal hier ein bisschen rumhuschen, ob wir hier noch irgendwie was bekommen. Nicht so geil. Ach Gott. Halt still jetzt, du Lümmel. Das ist ja furchtbar. Ich will ja keine Angucken hier. Mein Mann. Mein Mann, Mann. Ist auch schon wieder Zeit für Feuer, ne? Leute. Ach, Mann. Es ist... Am Anfang finde ich es echt ein bisschen lästig, ehrlich gesagt. Wir müssen das ein bisschen auf den Zeiger mit dem Feuer machen. Nochmal Handschuhl. Wenn nichts, Jacke. Dann stellen wir mal... Stellen wir mal her, die Stofffetzen. Wir trainieren hier eh nicht. So. Jetzt fehlen uns noch zwei. Die machen wir uns hier raus. Uh, ne Jägerjacke. Nice. Die nehmen wir gerne. Gar nicht mit... Und hier haben wir auch unser Seil. Na gut. Dann brauchen wir uns die Stofffetzen doch nicht mehr herstellen. Aber machen wir jetzt trotzdem, ne? Was ist denn los? Ist doch kein Thema. Wir haben das so eh hier. Kombinieren. Stofffetzen herstellen. Lode. Und so läuft die ganze Sache. So, und wenn wir das jetzt miteinander kombinieren, können wir ein Seil herstellen. Das machen wir auch. Das war mein ursprünglicher Plan. Das so zu machen. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir hier schon ein Seil finden, ne? Nun gut. Ich hätte doch ein Seil gefunden. Und hier ist es auch. Mensch. Manchmal habe ich auch Augen, ne? Ah, da fängt man schon an, an sich zu zweifeln. So, wir nehmen die erstmal mit Fleck. Wir werden ihn mal wieder schön machen. Müssen wir auf jeden Fall Feuer machen. Nehmen die Handschuhe auch nochmal mit. Vielleicht treffen wir ja ihn ja mal wieder. Ich bezweifle es zwar schon fast. Ne? Aber dann kann ich ihm ein paar Handschuhe in die Hand drücken. Äh, äh. Handschuhe in die Hand drücken. Und dann hat er welche, ne? Aber wieder. Ich bezweifle es fast, dass wir ihn hier nochmal wiederfinden. Ach, hier waren wir ja eben, ne? Haben wir hier was übersehen? Wahrscheinlich nicht. Ne, also vielleicht schon, ne? Metalldraht. Ja, nehmen wir mit. Einmal. Ich gucke halt, ob hier in den Jacken und so weiter noch was drin ist. Müssen wir uns nämlich bald um Flüssigkeit kümmern. Hey, there you are. Hey, there you are. Hey, where are you, man? Hey, where are you, man? I've been looking for you like everywhere, man. Yeah. I was looking for you were gone. I, uh, yes, yes, yes. Did you log out or something? No, no, I looked for you and in the buildings and, yeah, you... I haven't found you. It's amazing how quick you can get lost in this game. Yes, yes, yes. I found a lot of food in the store, so we gotta... Nice. But, uh, I think it's frozen, right? Yeah. Okay, then we have to make fire again. And, yeah. What do you think? What do you think? Yeah, here were wahrscheinlich gerade drin, ne? In this store. Yes. Hoffentlich werden wir jetzt hier nicht abgeknallt. Ja, das könnte eine gute Idee sein. Let me check, I think we have enough. So, dann teilen wir es mal eben auf. Okay, we are good to go. Do you know where the salata is? Do you know where the salata is? So, we, you always spawned north. So, we have our watch. And yeah, no, by night it's, it's complicated. Yeah, very difficult. Wieder war so ein kleiner Tümpel, ne? Denken wir, ich werde erst mal den. Ach so. So, ich schmeiß den Revolver jetzt mal weg. Geht demoliert. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Er ist schon wieder vorgelaufen. Das ist die Frage, ey. Ist er hier lang oder hier? Ja, okay. One out. Ja, keine schlechte Idee. Erstmal, was futtern jetzt, Leute? Okay. Ich sehe nichts. Ja, mir auch. Es ist zu schmerz. Okay, 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 wait, wait. Ich gehe und, ich gehe und um, get sticks. So, wir können, wir können etwas machen. Ja, das ist es. Hat er sich einfach sein Bein gebrochen, der Lümmel. Okay, haben wir schon mal drei davon? Es ist doch manchmal ist es auch nicht zu glauben, ne? So. Ich weiß nur gerade nicht, wie viele Stofffetzen ich brauche. Okay, so. Ich, ähm. Do you got, do you got old clothes or something? Racks, I, I, I need racks. Many? Oh, I think. Yeah, okay. Can you give me that? Yeah, it's on the ground. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal gucken. Lagerfeuer, Schiene. Wo ist die Schiene? Okay. Nice, thanks, man. Oh, nice, nice. So, uh. You, you just can go slow now, right? Yeah, sure. Okay, um. We could make a fire again. Or we can go here and wait for the server restart. Yeah. Ich könnte mal aufstehen. Hammer. Ne, der Wahnsinn. Ne, der Hammer, ne? Immer schön im Blickball in den Lümmel. Ich glaube, der Server restart kommt, ne? Ja, ich glaube, der Server restart kommt.